Manchester United ist offenbar an einer Verpflichtung von Fiorentina-Verteidiger Nikola Milenkovic interessiert. Eine Ablösesumme in Höhe von rund 60 Millionen Euro steht im Raum. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. José Mourinho war am vergangenen Donnerstag persönlich nach Montenegro gereist, um sich das Länderspiel gegen Serbien anzuschauen. Zunächst wurde angenommen, dass der portugiesische Coach dabei vor allem den Serben Sergej Milenkovic-Savic von Lazio Rom im Visier hatte. AC Florenz, Nikola Milenkovic steht bis 2022 unter Vertrag wie die italienische Tageszeitung La Natione berichtet, lag der Fokus beim Mourinho-Besuch jedoch auf Lanzmann Milenkovic, der beim 2-0-Sieg der Serben sein achtes Länderspiel absolvierte. Nikola Milenkovic war im Sommer 2017 von Partizan Belgrade nach Florenz gewechselt. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft noch bis 2022. Mehr zu Manchester United Der Vertrag des Innenverteidigers